so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal du brauchst sie dann du kriegst sie auch und zwar gibt es heute das große pfeif konzert von keller ich habe ein paar angaben zu dem teil nach altes vpi wie gewohnt alles dies das ananas und du nimmst die ananas so sieht das schöne teil hier innen aus ja und das werden wir jetzt gleich mal machen überhaupt hier noch schönes altes logo so jetzt gibt es die das große pfeif konzert von keller angezündet vom büller check ich bin gespannt genau falsche richtung kollege geil aber hatte ich ein bisschen lauter in erinnerung aber trotzdem richtig geiles teil bis zum nächsten Mal